Als Kind bin ich in den Ferien oft bei meiner deutschen Großmutter in der Nähe von Kiel. Und wenn meine Großmutter Freundinnen zum Kartenspielen einlädt, öffnet sie jedes Mal eine Flasche Mumm. Ich staune. Champagner. Champagner ist teuer, das weiß ich. In meiner französischen Familie gibt es manchmal auch Mumm, aber sehr selten, an Geburtstagen oder Weihnachten. Eines Tages fasse ich mir ein Herz und frage meine Oma, warum sie so reich ist. Sie lacht schalend. Das ist doch kein Champagner, mein Junge. Das ist Sekt. Und so lerne ich den Unterschied zwischen deutschem Sekt und französischem Champagner. Champagner wird von einer kontrollierten Herkunftsbezeichnung geschützt. Die Trauben kommen aus einem streng limitierten Gebiet in der Champagne und die Kohlensäure entsteht durch Flaschengärung. Das ist die berühmte Champagner-Methode. Bei der Sektherstellung sind die Regeln nicht so streng. Die Trauben dürfen aus ganz Europa kommen und wer will, kann seinen Wein auch in großen Tanks gären lassen. Deshalb ist Sekt billiger. Aber wir wollen den deutschen Sektherstellern hier nicht auf den Schlips treten. Viele von ihnen bevorzugen die französische Flaschengärung und produzieren damit sehr hochwertigen Sekt. Die erste Sektkellerei wird von Georg Christian Kessler 1826 in Esslingen bei Stuttgart gegründet. Kessler weiß genau, wie man Schaumwein herstellt, denn er hat 20 Jahre lang in Frankreich gearbeitet und zwar für den berühmten Champagner-Veuf-Clicquot. Damals heisst sein sprudelnder Wein noch Champagner-Wein. Die Bezeichnung Sekt taucht erst später im 19. Jahrhundert auf. Bald entstehen weitere Sektkellereien. Burghev und Schweighart in Hohheim am Main, Matthäus Müller in Eltville, Deinhard Sektkellerei in Koblenz, Kupferberg in Mainz. Champagner aus Frankreich wird jedoch weiterhin geschätzt. Doch der wahre Siegeszug des Sekts beginnt im Jahre 1871. Vorher besteht Deutschland noch aus vielen kleinen Staaten, die durch Handelsabkommen miteinander verbunden sind. Als die sich zum Deutschen Reich zusammenschließen, gibt man aus Patriotismus deutschen Waren den Vorzug. Weg mit dem Champagner, es lebe der Sekt, der als die beste Alternative zum französischen Champagner angepriesen wird. Und dann, der nationalistische Eifer ist weiterhin ungebrochen, erfindet Kaiser Wilhelm II. im Jahre 1902 seine berühmte Sektsteuer. Sie wird zwei Projekte finanzieren. Eine Militärflotte, mit der Deutschland zur Kolonialmacht aufsteigen soll, und den Bau eines Kanals zwischen Ostsee und Nordsee, um die beiden deutschen Marinestützpunkte zu verbinden. Sektflasche und Pickelhaube haben dasselbe Ziel. Tja, und seit dieser Zeit gehört das Sekttrinken zum Alltag der Deutschen. Aber zurück zu Mumm. Warum tragen ein Champagner und ein Sekt eigentlich denselben Namen? Nun, die Familie Mumm, die ursprünglich aus Deutschland stammt, stellt in der Champagne seit 1827 Champagner her. Doch dann kommt der Erste Weltkrieg und Hermann von Mumm muss Frankreich verlassen. Sein engster Mitarbeiter und Vertrauter übernimmt das Geschäft. In Frankfurt am Main gründet Mumm 1922 den Sekt Mumm & Co. Der Mumm Champagner geht auf die Barrikaden. Das verviere die Kunden, die nicht mehr wüssten, ob sie Sekt oder Champagner trinken. Es folgt ein jahrzehntelanger erbitterter Rechtsstreit. Erst 1964 können sich die beiden Firmen einigen. Der Mumm Champagner erlaubt dem Mumm-Sekt denselben Namen zu tragen, wenn die Familie darauf verzichtet, nach Frankreich zurückzukehren. Uff. Ach ja, die Sektsteuer gibt es übrigens immer noch. Sie bringt dem deutschen Staat ungefähr einen Euro pro Flasche. Jährlich sind das Hunderte von Millionen Euro, die natürlich nicht mehr zu Kriegszwecken verwendet werden. Jährlich sind das Hunderte von Millionen Euro pro Flasche.